Diese Methode hat in den letzten zwölf Monaten über 500.000 Euro Umsatz kreiert. Und ich zeige dir, wie das auch für dich möglich ist. Herzlich willkommen zum Quantum Business Flow Podcast. Der Podcast für bewusste Unternehmer und Unternehmerinnen, die nach dem Motto leben, Change the freaking world. Hier bekommst du die Kombination aus den genialsten Business-Techniken und der unendlichen Power der Gesetze des Universums. Für einzigartige Quantensprünge in deinem Business und Leben. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Quantum Business Flow Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und heute steigen wir ein in unsere Quantum Business Live Launch Methode. Die Methode, die allein in den letzten zwölf Monaten für mich und unsere Kunden über 500.000 Euro, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es schon über eine Million Euro sind, allerdings, da ich das Ganze noch nicht durchgerechnet habe, möchte ich hier noch nicht sagen, was ich nicht 100% weiß. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es sogar über eine Million Euro sind in den letzten zwölf Monaten, die für uns und für die Kunden, die unsere Methode nutzen, kreiert wurden. Diese Methode habe ich in den letzten Jahren entwickelt, beziehungsweise mit Inspiration geholt von verschiedenen Methoden, die ich kenne. Und das gemischt, gemixt, kombiniert mit unserer Art von Energie, aus der Power heraus die Dinge zu tun, aus dem Bewusstsein der Higher Power und mit Liebe, mit Fülle, mit Freude Traumkunden zu kreieren. Und ich kam jetzt drauf, weil ich habe vor wenigen Tagen eine Nachricht bekommen von Nadja. Nadja ist eine unserer High-Level-Kundinnen. Sie ist im Quantum Business Flow Programm, das ist unsere zweitgrößte Mastermind. Und sie hat mir voller Freude geschrieben, Raphael, wir haben es geschafft, 120.000 Euro Umsatz in einem Monat mit einem einzigen Launch. Und sie ist reingekommen in unser Programm im Februar und hat sofort nach 25 Tagen, soweit ich mich erinnere, oder 35 Tagen, 80.000 Euro Umsatz gemacht mit der Methode. Und diese dann immer wieder wiederholt. Und das war jetzt, glaube ich, der dritte Durchlauf. Und sie hat beim dritten Mal über 100.000 Euro in einem einzigen Monat kreiert. Diese Methode ist aus meiner Sicht der genialste, schnellste, effektivste und leichteste Weg, Interessenten zu finden und daraus absolute Traumkunden zu machen. Und wenn ich Traumkunden meine, meine ich Menschen, die wirklich von ganzem Herzen mit dir arbeiten wollen, die das genial finden, was du machst, die dir gerne ihr Geld geben und die genau das mitbringen, was du brauchst. Das All-In-Commitment, die Energie, das Fundament, alles, was du brauchst, damit diese Leute auch erfolgreich werden. Das ist das, was wir immer wieder sehen, wie unsere Programme sich regelmäßig füllen. Und in diesem Podcast möchte ich dir zeigen, wie das Ganze für dich möglich wird. Und zwar musst du dir vorstellen, der Kundengewinnungsprozess teilt sich auf in drei Phasen. Wir haben die Bewusstseinsphase, wir haben die Informationsphase, wir haben die Handlungsphase. Für die meisten Menschen sind diese drei Phasen verteilt. Auf ihre 17 Social-Media-Kanäle, auf ihrer Webseite, in einem persönlichen Gespräch und so weiter. Und das sorgt dafür, dass sehr viele Kunden einfach verloren gehen, weil es braucht diese drei Phasen. Ich gehe gleich da rein, was sie bedeuten. Aber es braucht diese drei Phasen, damit ein Interessent von dem Punkt des Interesses hin zum Kauf geleitet werden kann. Es beginnt mit der Bewusstseinsphase. Die Bewusstseinsphase ist, dass dein Interessent das Bewusstsein gewinnt, ich habe ein Problem, es gibt eine Lösung und du in dem Fall bist die Person, die eine Lösung hat. Denn es gibt ganz viele Leute da draußen, die deine Traumkunden wären. Die wissen, sie haben ein Problem, aber sie wissen nicht, dass es eine Lösung gibt, die sie gesucht haben. Sie wissen, ja, es gibt Lösungen, aber nicht die eine, die ich suche. Ein Beispiel wäre bei uns. Bei uns ist es so, wir bieten dir Business Mentoring an, auf eine Art und Weise, die im Einklang ist mit den energetischen Gesetzen des Universums. Die im Einklang ist mit Power, nicht mit Force und Hustle und 24 Stunden arbeiten. Und sie wissen, es gibt Lösungen, so ein Business aufzubauen, aber die meisten machen das mit Hasseln. Und dann kommen wir ins Spiel. Plötzlich erschaffen wir das Bewusstsein, hey, es gibt auch einen anderen Weg. Und dann werden die Kunden hellhörig. Das heißt, der erste Schritt ist, das Bewusstsein zu kreieren. Es gibt eine Lösung, die genau das ist, was du suchst. Und ich kann dir diese Lösung bieten. Das ist der erste Schritt, damit dir überhaupt jemand zuhört. Damit du überhaupt die Aufmerksamkeit bekommst von den Personen. Dann der zweite Schritt ist die Informationsphase. Jetzt haben wir die Aufmerksamkeit von den Interessenten. Und jetzt will dieser Interessent mehr wissen. Er will die Lösung verstehen. Er will die Lösung anwenden. Und sagt dann, okay, wie kann ich tiefer einsteigen? Wie kann ich mehr daraus mitbekommen? Wie kann ich mehr lernen? Und legt los. Und in dieser Phase musst du Mehrwert und Ergebnisse liefern. Du fängst nicht an, sofort zu verkaufen. Das ist, was viele machen. Bewusstseinsphase, okay, sie haben mich gesehen. Jetzt verkaufe ich sofort. Hier, kauf dir mein Coaching. Kauf dir das, kauf dir das. Das funktioniert nicht. Weil sie in der Informationsphase Vertrauen aufbauen. Dir überhaupt erst vertrauen können, dass du es drauf hast und dass du die richtige Person bist. Und genau das lieferst du. Du lieferst Inhalte, die so einen genialen Mehrwert liefern, dass die Leute danach sagen, wow, wie genial war das denn? Besser kann ich es mir gar nicht vorstellen. Wie genial muss dann das Coaching sein? Das heißt, in der Informationsphase fokussierst du dich darauf, Mehrwert zu liefern und so schnell wie möglich Ergebnisse zu kreieren. Geniale Game Changer Ergebnisse. Das ist das, was du erschaffen möchtest mit den Kunden. Und dann, dann kommt die dritte Phase und zwar die Handlungsphase. Guck mal, wir haben hier Besuch von einer Fliege. Dann kommt die Handlungsphase. Und zwar in der Handlungsphase ist dein Interessent an dem Punkt, dass er sagt, wow, ich habe die Information, ich habe das Vertrauen und ich weiß, wie es gehen würde, aber ich möchte den schnellen Weg und ich möchte dabei begleitet werden. Das sind deine Traumkunden. Und in der Handlungsphase, jetzt fängst du an zu verkaufen. Jetzt sagst du, okay, du hast die Information, du weißt, was möglich ist, lass uns zusammen arbeiten, lass uns zusammen den Weg gehen, das und das sind die Möglichkeiten. Und zack, der Verkauf wird sehr viel leichter. Die Leute sind bereit, dir ganz andere Preise zu zahlen. Und durch diese Phasen vorher hast du rausgefiltert, wer ist dein absoluter Traumkunde. Wer ist wirklich die Person, mit der du arbeiten willst. Denn es geht nicht darum, nur ganz viele Kunden zu gewinnen, sondern die richtigen Kunden. Sonst bist du am Ende ausgebrannt und unglücklich. Das sind die drei Phasen. Die dürfen wir erstmal verstehen. Die meisten kennen diese Phasen überhaupt nicht und deswegen haben sie so viele Probleme mit der Kundengewinnung. Jetzt, wo wir diese Phasen verstanden haben, geht es um die Quantum Business Life Launch Methode. Denn diese Methode fasst all die Phasen in einem einzigen Fünf-Tages-Prozess zusammen. Oder sogar drei Tage möglich. Du kannst dann von drei bis fünf Tagen von der Bewusstseinsphase, von jemandem, der dich vorher noch nicht kannte, hin zu jemandem, der sagt, wow, ich möchte mit diesen Menschen arbeiten. Ich bin bereit dafür, fünf, zehn, 15.000 Euro zu investieren. Der gesamte Prozess ist mit dieser Methode abgedeckt. Und deswegen ist diese Methode so genial. Weil sie kurz und knackig auf den Punkt die Leute abholt, die Mehrwert liefert und sie dann zum Verkauf bringt, wenn sie Traumkunden sind. Die meisten anderen Prozesse machen das über einen langen Zeitraum. Es gibt diese Regel, dass es acht bis sechzehn Kontakte braucht, bis jemand kauft und so weiter. Und dann zieht es sich häufig von, okay, die Person folgt mir, guckt sich meine Lives an und irgendwann mal in drei, vier Monaten ist die Möglichkeit da, dass sie kauft und wenn, dann muss ich genau im richtigen Moment kommen und so weiter. All das überspringst du bei der Quantum Business Live Launch Methode. In der Quantum Business Live Launch Methode geht es darum, dass du ein drei bis fünf Tages Launch machst. Das heißt, fokussiert zum Beispiel eine Challenge, eine Masterclass oder Workshop, wie du es nennen möchtest. Drei bis fünf Tage, es gehen auch sieben Tage, wo du den Leuten die Lösung für ein großes Problem lieferst. Bewusstseinsphase. Du holst sie ab, indem du sagst, hey, das ist dein Problem, ich habe die Lösung, ich biete sie dir kostenlos an. In diesen drei bis sieben Tagen lieferst du dann und mehr Wert, der sie umhaut, wo sie sagen, wow, sowas habe ich noch nie erlebt. Bei uns ist es regelmäßig so, wenn wir diese Launches machen, dann gehen die Leute da raus und sagen, Raphael, diese drei, fünf, sechs Tage waren mehr wert als mein letztes sechs Monats Coaching, was mich 10.000 Euro gekostet hat. Das ist auch mein Anspruch an das Ganze, weil damit zeige ich den Menschen, ich bin hier, um zu helfen, ich bin hier, um dir zu geben und wir haben es verdammt nochmal drauf. Sonst würden wir das nicht for free raushauen. Und dann sagen die Leute, wow, wenn das Kostenlose schon so gut ist, wie genial muss ein Coaching bei euch sein. Und das ist dein Ziel und das genau machst du in diesen drei bis sieben Tagen in deinem Launch. Und dann gibt es einen bestimmten Tag, wo du beginnst mit dem Verkauf, wo du den Leuten so viel Mehrwert geboten hast, dass du sagst, so, für alle, die jetzt bereit sind, die nicht alleine den Weg gehen wollen, die nehmen wir jetzt mit. Mit euch gehen wir in den nächsten Schritt. Hier ist unser Angebot, hier ist unser Coaching-Programm. Und du wirst merken, der Verkauf wird so viel leichter funktionieren. Die Leute werden ganz, ganz anders auf dich reagieren, ganz, ganz anders mit dir arbeiten wollen und sind bereit, viel, viel mehr Geld zu bezahlen. Das ist das, was wir bei uns sehen, was wir bei unseren Kunden regelmäßig erleben und was wir weitertragen möchten. Ein Podcast reicht natürlich nicht aus, um dir jetzt die gesamte Strategie von der MEWA-Formel, die Formel, mit der du den Live-Launch richtig aufbaust, von dem Kuchenstück-Prinzip, was wir dort erklären, von der Art des Verkaufs, wie du ein geniales, unschlagbares Angebot erschaffst. All diese Sachen kann ich natürlich nicht in diesem einen Podcast erklären. Deswegen möchte ich dich einladen zu unserer Quantum Business Flow Challenge, unsere 5-Tages-Challenge, wo ich dir genau das zeige. Komplett kostenlos, von A bis Z, wie du ein unschlagbares Angebot erschaffst, wie du daraus einen Launch machst und innerhalb von 5 Tagen deine Programme ausverkaufst. In Leichtigkeit, in Freude, ohne Druck- und Angstmarketing. Das zeige ich dir in dieser Challenge. Wichtig, ganz wichtiger Hinweis vorher. Diese Challenge ist fokussiert auf Coaches, Experten und Berater, die hochpreisige Dienstleistungen anbieten möchten. Ein Beispiel wäre, du bist NLP-Coach, möchtest jetzt aber hochpreisige Pakete verkaufen. Du bietest Tierkommunikation an, möchtest jetzt hochpreisig als Paket verkaufen. Du bist Unternehmensberater, möchtest jetzt die Beratung als Paket verkaufen, nicht mehr pro Stunde. Das ist nicht für Leute, die zum Beispiel im Network-Marketing sind oder Leute, die physische Produkte verkaufen. Da ist diese Methode nicht das Richtige. Also für alle anderen, Coaches, Experten, Berater, die gigantische Visionen haben, gigantische Ziele erreichen wollen, ist das genau das Richtige. Unter diesem Video findest du den Link. Dort kannst du dich komplett kostenlos anmelden und es geht los am 6. September. Am 6. September starten wir durch und ich verspreche es dir. Du wirst dort reingehen, wenn du dich drauf einlässt, wirst du dort reingehen und danach sagen, Raphael, das hier war mehr wert als mein letztes hochpreisiges Seminar oder Coaching. Weil wir da alles geben. Mein Team und ich geben so viel Energie da rein. Dieses ganze Konzept ist so durchdacht von uns, dass es sofort Ergebnisse erzielt. Ich kenne unzählige Menschen, die dort reingekommen sind und nur durch die Inhalte der Challenge 10.000 Euro, 20.000, 30.000 Euro im Monat gemacht haben. Unzählige. Das ist auch für dich möglich. Also, wenn es sich gut anfühlt, findest du den Link unter diesem Video oder in den Shownotes im Podcast. Du kannst dich dort kostenlos anmelden und wir können gemeinsam losrocken und damit die Welt verändern. Denn das ist mein Ziel, meine Vision. Ich möchte den Menschen helfen, die eine große Mission, eine große Vision haben und damit diesen Planeten besser machen wollen. Denen wirklich helfen, unendlich erfolgreich, kompromisslos erfolgreich zu sein und damit die Welt zu verändern. Das ist unser Ziel, das ist die Aufgabe von mir und meinem Team und das ist die Möglichkeit, dass wir dich dabei unterstützen. Ich würde mich super, super freuen, dich mit dabei zu haben. Du findest den Link unter diesem Video oder in den Shownotes und dann sehen wir uns spätestens am 6. September wieder in der Quantum Business Flow Challenge. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Bis dahin. Ciao, ciao. Hab einen wunderschönen Tag. Dein Raphael. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast anzuhören. Mein Team und ich geben alles, um dir die besten Inhalte zu liefern, die dich und dein Business auf das nächste Level bringen. Deswegen würde es uns unglaublich freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst, bei iTunes eine ehrliche Bewertung dazulassen. Das würde uns unglaublich helfen und wenn du lernen willst, wie du in kürzester Zeit, in nur 5 Tagen, jetzt das Business deiner Träume aufbaust, Quantensprünge machst und alle Umsatzziele sprengst, die du dir jemals vorgenommen hast, dann möchte ich dich einladen zur kostenlosen 5-tägigen Challenge. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes unter diesem Podcast. Dort kannst du dich kostenlos anmelden und du wirst in 5 Tagen Ergebnisse erzielen, die du dir vorher gar nicht ausmachen konntest. Das ist das, was die bisherigen Teilnehmer gesagt haben. Einfach unten klicken, kostenlos anmelden und dann sehen wir uns in der Challenge wieder. Bis bald. Ciao, ciao. Dein Raphael.